hallo leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge quick bad wars ja heute wieder quick bad wars auf das mc ja endlich mal wieder minecraft am pc habe ich ja schon länger nicht hochgeladen ich habe jetzt immer noch youtubers live gebracht also gestern und jetzt habe ich schon ein paar tage jetzt also zwei tage früher keine oder einen tag kein video hochgeladen am montag kam nichts aber ab dienstag kam dann wieder was und heute auch das habe ich schon gekauft das respawnblock wurde schon zerstört von blau oder was also scheiße bei mir schon der erste typ also ich gebe dann ja scheiße fast na ist fast geschafft jetzt wirst du schön sterben alle wenn er jetzt den scheiß block kaputt macht leute er ist gestorben leute block ist schon alter wo sie ist denn hergekommen das verstehe ich irgendwie nicht ich muss jetzt sofort wieder rüstung kraften wenn der jetzt wieder kommt er dann kriegt aber eine ich hasse immer die leute die immer nur aus die immer gleich aufs bett gehen und dann aber naja so ist es halt die bekämpfte sich auf neu blau ist schon raus oder was team rot wurde zerstört jetzt kommt er bestimmt zu mir oder ich hoffe nicht doch der kommt zu mir scheiße doch den kann ich aber killen eigentlich ich weiß dass er gleich jetzt kommt da ist bestimmt ein baum oben ja da ist er die kämpfen da oben er ist das eine spannende runde leute ist das eine eine spannende runde leute weil da um sind auch leute wenn das ist krass scheiße den jump würde ich nicht schaffen deswegen schnell weg team grün mein bett ist noch und ist noch da ich glaube ich habe das einzige bett noch obwohl es auch fast kaputt ist oder weg ist die kämpfen da unten und dann staub ich ab ja gewonnen leute ich schreibe es mal einfach nichts ist egal ja leute wir haben gewonnen ja ich habe einfach ein bisschen abgestoppt ich weiß ist ein bisschen fies vielleicht aber ja ich habe das einzige bett noch gehabt also sie haben mein bett ja nicht abgebaut als es ist es ist ja nicht meine schuld wenn die das bett einfach nicht abbauen so ich glaube die runde war jetzt etwas kurz vier minuten ja dann machen wir gleich noch eine da ist so hier bin ich nur reingekommen team blau geht nicht rot geht auch nicht gelb auch nicht grün ja dann gehe ich halt team grün ja noch eine runde lol ich fahre gleich mal runter so lol ich bin einfach mal runter gefallen fail das war gerade ein irgendein fehler glaube ich ich bin gleich mal runter gefallen das ist echt nervend warte ich habe gar nichts bis jetzt also ich mag die map ehrlich gesagt gar nicht so sehr deswegen ich mag die map halt jetzt nicht oder ist geläftet scheiße jetzt bin ich alleine genau das wollte ich verhindern dass dass ich dass ich alleine bin aber jetzt ist es halt soweit naja egal ich schaffe das schon glaube ich ich gehe einfach darauf da kann immer meine sachen einsammeln da ist dann der dorfbewohner ganz sicher alter mein blog da oben ja ich muss halt mal aufpassen immer dass hier keine leute kommen sonst bin ich am arsch so das headset auch mal richten hier jetzt kommen wieder playstation videos wie gesagt ähm ja kommen halt jetzt jeden tag wieder hoffentlich halt wenn ich schaffe ich probiere es ja immer ähm die playstation videos auch nicht so lange zu machen und ich gebe auch mühe beim zocken aber naja das ist echt bisschen behindert hier mit dieser map hier ähm mal schauen was brauche ich denn noch eisen habe ich jetzt nicht scheiße wo kriegt man denn eisen da drüben ja jetzt muss ich mich erst wieder rüber bauen bis ich wieder eisen habe so team gelb wurde auch abgebaut das bett gelb ist jetzt weg warte mal team also team rot ist auch das bett jetzt weg alter die blauen ja die blauen werden mir eine drüber geben ich sehe es jetzt schon die alter die blauen sind echt stark ja ich glaube die ich werde verlieren glaube ich leute scheiße ich hätte es nicht gerendet damit ich damit ich das verliere wieder aber naja alles kann passieren deswegen schnell mal rüstung dann wird die jetzt kommen scheiße die kommen gleich und ich habe gar nichts ich muss mir wenigstens ein schwert jetzt schnell machen ich sehe schon die kommen schon ja kacke ich bin am arsch ihr verdammten huren söhne man es sind beide unten es sind beide weg scheiße alter was ist das wieso spawnt man so scheiße man einfach auf dem block spawnen es nervt es ist echt behindert so dann erstmal hier wieder rauf alter scheiße ich glaube ich verliere das echt jetzt aber dafür habe ich die letzte runde gewonnen naja man kann ja nicht immer gewinnen ist halt so aber naja so dann da runter oh einer ist gestorben grad wieder ja die blauen die sind auch zu zweit also ist schwierig für mich Spitzhacken da brauchen wir jetzt erstmal nichts ich kann gar nichts mehr craften weil ich gar nichts habe der kommt jetzt schon wieder man er ist runtergefallen das ist so ein nab alter nein spaß ich glaube die sind gut aber ich bin mir nicht sicher aber die können jederzeit kommen lasst mal hier die base aufbauen lasst mal hier die base aufbauen so ey wenn die jetzt wieder kommen ja die werden kommen gleich die werden glaube ich mein bett mein bett jetzt gleich weghauen scheiße alter die kriegen jetzt vor mir eine auf die fresse wenn der typ jetzt kommt ja komm der will mich verarscht man alter verpiss dich du scheiß blauer man ey immer diese blauen die regen immer sowas von auf er ist weg ja vielleicht könnte ich jetzt noch gewinnen aber es wird schwer sag ich jetzt schon ey die kommen schon wieder alter der andere kommt jetzt alter der kann fast bridge man ich nicht egal den kriege ich trotzdem fick dich man der ist gleich tot ja ah jetzt will er sich hochbauen man so ein opfer man alter das sind solche huren söhne ich schreibe jetzt erstmal hacks mal schauen was die wie die reagieren werden alter sind solche wixer die waren zu zweit was sind das für lappen naja kann man nichts machen ist halt so naja dann beende ich jetzt auf jeden fall die aufnahme leute dann würde ich sagen war es das mit diesem video wir sehen uns dann morgen wieder und tschüss ja